So, Ayo Crash hier, ich wollte nur ganz kurz was ankündigen, ähm, ich habe in einem Stream eine CVD für mich selbst gemacht und den Render möchte ich jetzt veröffentlichen, damit alle eine AIDA zu machen können und alle die eine AIDA zu machen und mir das Intro dann bis 28.12. abgeben, werden am 29.12. gereuploaded, da ich am 29.12. Geburtstag habe und mal schauen, vielleicht mache ich auch irgendwie einen Preis daraus, dass irgendwie das beste Entry, keine Ahnung, 20 Euro oder so bekommen, das muss ich noch schauen, aber macht auf jeden Fall fleißig mit und, uah, ich werde das schon geüploadet auf meinem Kanal, tschüss.